Eine abgelegene Lagerhalle, in der vier Spieler aufeinandertreffen. Die Unbekannte, die sich mit ihrem Käufer trifft. Der Komplize des Käufers, der im Auto vor der Halle wartet. Der Polizist, von dem keiner weiß, dass er da ist. Ist noch jemand hier, von dem ich nichts weiß? Ich hab dir gesagt, du sollst die Waffe runternehmen, Miststück! Aber wie sieht es aus, wenn die Karten neu gemischt werden und jeder Spieler ein neues Blatt auf der Hand hat? Der Unbekannte, der sich mit seiner Käuferin trifft. Der Komplize der Käuferin, der im Auto vor der Halle wartet. Der Polizist, von dem keiner weiß, dass er da ist. Die Frage ist nun, inwiefern werden die Karten der Spieler die nächste Runde beeinflussen? Die Karten der Schöpfung